Herzlich willkommen bei der Firma SFT Tiefbohrzentrum GmbH. Tiefe und präzise Bohrungen, auch mehr spindelig, sowie der Bau von Tiefbohrmaschinen sind seit mehr als 25 Jahren das Spezialgebiet von SFT Tiefbohrzentrum GmbH. Ob Tieflochbohren, Fräsen, Drehen oder Schweißen, an den hochpräzisen Maschinen sind die Profis von SFT weltweit im Einsatz. Nutzen auch sie den großzügigen Maschinenpark mit modernsten Tieflochbohrmaschinen für ihre Projekte. Unter Verwendung von Hightech-Werkzeugen führt SFT selbst schwierigste Bohrungen durch. Von Präzisionsbohrungen, Kühlkanalbohrungen und Schmierkanalbohrungen bis hin zu Erleichterungsbohrungen. Durch ständige Qualitätskontrollen der höchsten Toleranzen kann eine sehr hohe Oberflächengüte gewährleistet werden. Die SFT Tiefbohrzentrum GmbH bietet Tieflochbohrungen in verschiedenen Verfahren an, auf die jeweiligen Bedingungen angepasst. Informieren Sie sich einfach über die Möglichkeiten. Mehr als 40 in Betrieb stehende Tieflochbohr- sowie Dreh- und Fräsmaschinen zur Herstellung auch von Prototypen garantieren einen präzisen Einsatz. Hochwertige Bohrwerkzeuge mit stets auf dem neuesten Stand stehenden CNC-Tieflochbohrmaschinen ermöglichen Bohrungen in jedes Material. Im Bereich Fertigung bearbeitet SFT Stahl in jeder Legierung, Alu, Kupfer, Messing, Inkonel und Kunststoffe für Walzen, Buchsen, Zylinder, Kolben, Turbinenwellen und vieles mehr für die verschiedensten Industriezweige. Disziplin und Verantwortung Ihnen als Kunden gegenüber hat höchste Priorität. Gekoppelt mit der langjährigen Erfahrung garantiert SFT Tieflochbohrzentrum GmbH ein souveränes und zufriedenstellendes Ergebnis. Fordern Sie uns, unsere Leistung wird Sie überzeugen. SFT Tieflochbohrzentrum GmbH in Grafenberg.